paar subs aus österreich nice mann ich hasse die schweiz ich hasse deutschland ich hasse frankreich ich hasse dänemark ich hasse belgien ich hasse die deutschsprachigen gebiete von den usa ich hasse australien ich hasse duxenburg ich hasse die niederlande ich hasse skandinavien besonders schweden norwegen und finnland ich hasse ich hasse alle staaten die teil der nato sind ich hasse russland ja nato ist das wie es ist ja einfach bisschen weg auch auf internet vertreten und so was wollen wir wollen auf rass auf rast nato ja oder ich shit talk weiter ich habe echt hart verkackt mit viego letztes mal aber nehmen wir das als indikator dafür wie es das nächste mal wird nein richtig du we get in die ich hasse china nein ich würde gerne den rest meines lebens in nicht unbedingt lebensangst leben dankeschön lebensangst habe ich lebensangst gesagt todesangst meinte ich dann wohl eher und dann beleidigst du erstmal russland ja ich glaube denen sind kleine menschen egal im internet china hat so ein generelles problem im internet weißt du imagine ja ein spiel das du spielst bringt neue neuen neuen skin raus ja freiwilligen kosmetischen skin den du dir kaufen kannst wenn du willst ja der hat nichts mit dem spiel zu tun und das ist deine meinung schön wie ist das eigentlich so beim streamer zugunsten der dich alles noch mal extra vorliest wenn man videos guckt und sachen liest ist das ist das okay für euch erfordert das brain capacity ist das in ordnung ja ne gut kommen wir rein direkt wird die nato geflämt ich kann nur bei der südfrucht gelandet sein ja nato halt auch einfach shit organization ist das wie es ist wenn die ein bisschen mehr leds und so was im hintergrund machen würden bei ihren tanks und so dann wäre die auch sick aber an sich sind die halt einfach nur einfach ziemlich cringe so ich kanalisiere meinen inneren osu spirit in meinen rechten mittelfinger das war kein epileptische anfall das war ein emote spam contest irgendwie ein paar monate vergessen grüßt von oberhalb der elbe du wohnst an einem guten ort so wie jeder von euch auch in einem guten ort wohnt ja das hat nichts mit dem mit der geografischen lage zu tun es ist vollkommen egal wo ihr wohnt ihr könnt immer an schönen orten wohnen ja und lasst euch nicht von irgendeinem menschen aus internet sagen was gut ist und was nicht gut ist hört auf solche menschen am besten gar nicht außer kommt aus österreich dann lebt ihr halt wirklich einem scheißort einfach pech gehabt das war ein weiterer scherz dankeschön und glaubst du wirklich ich am siebten des monats werde ich jetzt mit stream das abgo dass er von 3000 gehittet hat einfach mal wieder erhöhen so nach dem motto auch leute ein bisschen geht noch klar ob bitte diesen stream noch ne so kann ich eigentlich fast full hier mit dem jungen jetzt keiner hat geht das noch zu hart wir brauchen mehr sap gibt so lange bis ich bin felix ich glaube ich hatte in den anforderungen geschrieben heute vom stream dass es nicht so auffällig machen soll es schreiben sag mal lieber nur irgendwie sowas wie krass wie viele subs sind das denn und war wenn ich bloß auch ein hätte nicht so aggressiv bitte ja es soll nicht ist noch nicht so verdächtig rüberkommen einfach whisky girl einfach okay ja spür ich junge was für ein koordinierter gang was für ein koordinierter gang und sie hat noch keine e geskillt was soll das wieso ist der level 6 wieso ist der level 6 das ist ein problem ich bin nicht der größte bier konnoisseur aber wenn ich mal bier trinke trinke ich sehr gerne jeder oh mein gott thank you much appreciated das ging schneller als erwartet aber den habt ihr right root irgendwas slow auch in ordnung reis das wäre jetzt dein job ok jana stirbt leider noch oder stirbt nicht jana ist am smurfen so lily aha ok lily weißt du was vergiss alles was ich gesagt habe doch kein bock auf dich da wieder bock ihr gehirn 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 ich schwören kann das haben rüber gut hat sie augen sind keine augen let's go meine top hat auch keine augen augenlos mag ich meine lanes eigentlich auch am liebsten muss ich sagen warum genau machen wir die jetzt nicht oh mein gott ich bin so dumm wort zum fick kam er denn her ok das war dumm ich hätte einfach gehen sollen ach sabes ob wij 약 ob wij ehkto 22aj wir gehen wo ja wie man den schreib fähler von anderen heraus geben und ihr trowiąz8 macht er so witzig humor durch breaks geht komplett kommen die einfach gigs bestesten Lite gott gelacht und was lustig fand es eigentlich huken so keine e Jetzt habe ich eh, hilft auch nicht mehr. Oh. Oh mein Gott. Hmm, they call him the balance champ. Gar keine Chance. I'm done with all of you. I got kein Bock mehr. Don't you even think about it. Don't you even dare to. Oh. Hätten wir vielleicht mehr machen können. Ich habe nicht genau drauf gepasst, was passiert. Weil ich ein bisschen sehr darauf fokussiert war schwierig einen Chat zu schreiben. Noch eine weitere Runde nicht zu chatten. Wenn er mich rein EQt, habe ich ihn. Okay, ich dachte die EQ wäre ein bisschen kürzer. Ich hatte genau das geplant, dass ich kurz backsteppe und dann wehe mit Heal und Red Smite, wie ich wieder hochheale. Aber ich dachte die Range wäre ein bisschen kürzer. Das ist in fact ein Problem. Wer war Lessi? Ne, L-E-S-S-E. So hat ein Mordekaiser beim Gegnerteam mal den Lien. Der war komplett mental. Welches Video war das denn noch? Wo der Mordekaiser so mental gegangen ist. Das ist noch nicht so alt. Schwierig, Affilios. Schwierig. Alles klar, Johnna. Willst du jetzt sagen, dass ich nicht schnell genug war oder was? Mach ich die? Wahrscheinlich, wa? Okay, nicht mal eine Frage. What the fuck? Ja, Drakes habe ich verkackt, muss ich zugeben. Drakes habe ich gar nicht drauf geguckt. Ah, is my bad. Ist die Mangosche Demokratie eigentlich kapitalistisch oder kommunistisch? Die ist demokratisch. Ich meine, diese Leute die Staatstheorie nicht verstehen. Ey. Ich schwöre, er schreibt das Wort Demokratie schon rein, ja? Und dann fragt er, kapitalistisch oder kommunistisch? Heißt das Mangoscher Kommunismus? Heißt das Mangoscher Kapitalismus? Das heißt Mangosche Demokratie, ja? Kennt ihr nicht die bekannten Kommunien in der Vergangenheit, in der Weltgeschichte? Und die heute bekannten, heute halt sehr vorherrschenden Kapitalien? Also... Ich finde einfach... Ich finde das blöd, dass wir manchmal so eine ungebildete Community haben, ja? Ist schade einfach. Ich würde mich gerne einfach auf einem Level unterhalten. Ich glaube den Barrenfight müssen wir nehmen, Leute. Oh, ich bin unsichtbar, ungünstig. Ich bin tot, ungünstig. Ich habe nicht gesehen, dass der Jarvan schon hier unten ist. Hä? Okay, ich war abgelenkt. Ich war extrem abgelenkt. Das ist my bad man. Eigentlich können wir das Game echt nicht. Warte mal, wir sind voll behind. Warte mal, ist mir ja nur ich gefeedet. Oh. Okay, so habe ich nicht gespielt bisher, gebe ich zu. Wir haben einen 4-3 Rise. Ehrlich gesagt, kann das alles regeln. Jarvan ist der Fokus, Leute, bitte. Oh, feiere ich die Deer-Aphelios-Ult? Aber die reicht nicht. Jetzt den Jarvan. Oh, was? Okay, that's nasty, bro. When she sleeps you, you are cancelled hit. Wenn ich A, wenn ich R drücke, schlafe ich dann nicht mehr? Oder? Also, ich bin halt seit drei Fights useless. Wenn wir wieder mit mir fighten können, dann wird's auch wieder sick. Ich lauf halt immer nur dumm rein. Ja, this right here is kind of a priority, though. Das ist my bad, dass es eine Priority ist. Oh, no. Erinnert ihr euch, als ich gesagt habe, dass es cool wäre, wenn wir mit mir fighten? Das war der Punkt, an dem ich das hätte ändern können. Wäre Ult, ich habe sie gespamt am Ende, aber ich war durchgezählt. 4,68. Ach, komm. Mann, das ist doch so dumm. Ich schwöre, ne? Ich denke mir manchmal so, League of Legends. Warum können die mich nicht einfach 0,01 Sekunden länger stun? Warum können sie minen die einfach 0,01 Sekunden länger sein? Ist doch nicht so schwer, oder? Kann doch wirklich nicht so schwer sein. Ich schwöre, ne? Wirklich, eh, richtig unlustig. Einfach nur unlustig. Äh, ach so, wir wollten nicht helfen? Wir wollten das nicht gemeinsam machen, so? Oder wie sieht's aus? Ach du Scheiße, da hat noch GA? Jetzt die Qte halt raus, ne? Ja, war nicht so clever, gebe ich zu. Ohne das Rehat, das funktioniert vielleicht. Ne, ich geh aber auch viel zu tief rein. Ist my bad. Why? Weil ich, ehrlich gesagt, relativ wenig nachdenke gerade, gebe ich zu. 12 Einstieg der Jahre? Okay, das habe ich auch noch nicht mitgekriegt. Vielleicht war ich ein bisschen unfokussiert dieses Game. Wie Ecto hat's leider doch nicht gerissen. Wie Ecto. War schön mit dir. Wie Ecto.